Wir warten auf das Signal. Ja, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Keen erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Schnelligkeit ist zu schnellen. Dann können wir die Keen, um uns zu entdecken. Ich werde noch nicht mehr tun. Bargherty! Das war's. Oh, 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 oh. Wenn die Franzbäner wechseln, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Es war eine Ehre, die zu haben. Edward, nicht so lustig am anderen Ende des Lounge, nicht wahr? Achtung! Sir. Wo seid ihr hin, Edward? Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz, ich wusste, sie würde euer Ende sein, wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor ihr davonkommt! Ich sagte los! Das verdiene ich nicht! Ihr seid ein Heuchel, Hazem! Verzeiht, Edward! Warum, Hazem? Euer Tod öffnet eine Tür, ist nichts Persönliches. Na ja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen. Die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall. Habt ihr recht. Leb wohl, Edward. Was ist getan? Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Ich meine choke. Ich habe meinen Teil des Vertrags empfangen. Ich habe meinen Teil des Vertrages nachgek 설laub. Ich bin ein großes Überblick auf! Ich bin ein Vielfalt. Das ist das nicht aufgekriegt. Ich habe meinen Teil des Vertrages nachgebäät. Ich bin eineter für die Nase. Ich habe meinen Teil des Vertrages nachgekript. Ich habe einen Teil des Vertrages nachgekript. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten Sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzizizu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, liegt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güter entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich... Ich hör mir den Worte. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer Das heißt, wir sind nah Nicht nah genug, wie es scheint Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln Unseren Orden erweitern Und eine feste Basis einrichten Es ist nur eine Frage der Zeit Bis wir die Städte entdecken werden Genau Hört, hört Des Weiteren Glaube ich, dass es an der Zeit ist Charles in unsere Reihen aufzunehmen Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen Diente uns tadellos bereits vom ersten Tag Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden Und von diesem Geschenk profitieren können Ist jemand dagegen? Nun gut Charles Fangen wir an Schwört ihr die Grundregeln des Ordens Und unsere Werte zu ehren Ich schwöre Niemals unsere Geheimnisse zu verraten Noch die wahre Natur unseres Schaffens Ich schwöre Und dies von nun bis in den Tod Koste es, was es wolle Ich schwöre Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder Gemeinsam Werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten Eine der Sinnhaftigkeit Und Ordnung Eure Hand Ihr Seid ein Templer Lüge der Vater des Verstehens uns leiten Lüge der Vater des Verstehens uns leiten Moment Was? Ihr habt das gesehen, oder? Wow Allerdings, wow Haythams Amulett aus London Muss der Schlüssel sein Wir wissen, wie er aussieht Aber wir haben ihn noch nicht gefunden Desmond, du musst weitermachen Er ist auch dein Vorfahr Hüpf du doch in den Animus Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier Desmond, du dies Desmond, du das Desmond, du findest es besser raus Weil die Sonne uns alle zu Asche verbrennt Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir Aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer Und fände es klasse, wenn du von einem Weltraum-Zauberer kontrolliert wirst Damit du mich umbringen kannst Hast du deine Antwort? Ich hab's satt, eine Schachfigur zu sein Ich dachte, mit dir wär's anders Du bist mein Vater Du bist nicht besser als die scheiß Templer Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarten Verstanden? Alles, was ich tue Alles, was ich je tat Tat ich für dich? Vielleicht bin ich manchmal zu hart Oder verlange etwas zu viel Aber denk bitte daran, worum es hier geht Reiß dich zusammen Du musst dich zusammenreißen Uns rennt die Zeit davon Also, das war ungewöhnlich Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen Es sieht nicht gut aus Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von Ich schätze, es sind Batterien Eine hast du schon gefunden Aber mehr sind nicht da Zumindest nicht hier unten Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück Schau, was du tun kannst Aber sicher Übrigens, Desmond Du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Anibis Du kannst dich weg2015 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist eine Wunde, Star. Hör mal. Ja, der war's. Er hat sich nicht mehr sein. Ich bin nicht mehr. Wenn du dich nicht mehr öffnest, der du dich nicht mehr hältst, wenn du dich nicht mehr verletzst, dann bist du nicht mehr. Aber ich bin nicht mehr. Ich habe diesen Geheimnis, wie du hier bist, aber nicht mehr so. Was ist denn das? Ich bin hier, dann bin ich wieder der und ich bin's schon wieder und ich bin der die Leute, die Leute, die Leute haben sie gefallen. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Zazahdandi 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich habe das Sari. Ah! Ich habe das Sari. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe keine Guhruni. Was haben wir hier? Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht, Max. Lass mich los! Oh, hört mich an. Es kann sprechen. Du greifst und lebhaft dazu! Ja! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack! Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, Schildes. Nein. Du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Ich habe mich drauf. Ja! Ista! Wassego gant ne istanta? Ikroonig anua ees ne istanta! Ista! 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 Und du, 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 du! Okay! Los geht's! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das Kiel der Chiff übergebe ich dir. Aber ich versichere dich. Und ich versichere dich. Ich versichere dich. Ich versichere dich. Ich versichere dich. No, schade dich! Hüsa, de Quatsa! Hüsa, D'Aquatsa! Hüsa! Gana! Oh, naga, Issa. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ja, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020